Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade an der Neckar Promenade in Mannheim und dachte mir ist wieder der Zeit für ein neues POV Video. Es ist mittlerweile Herbst und nicht mehr alles ist so gut fahrbar. Hier ist zum Beispiel voll viel Sand an den Ballrides und ist noch ein bisschen nass vom Tag davor. Mal gucken was geht. Ist auf jeden Fall sketchy. Ich fahre jetzt mal diesen Ballride und hoffe, dass ich mich irgendwie wegrutsche. Ich fahre jetzt mal einen Bock,perlen Musik, und ich fahre jetzt. Der ist auch knapp. Der ist auch knapp. Der ist auch knapp. Der ist auch knapp. So, weiter geht's zum nächsten Spot. Hoffen wir, dass wir nicht gekickt werden. Das ist öfter mal der Fall hier bei den Hochhäusern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.